Und jetzt passiert wieder irgendwas, oder? Ja, das Vieh ist doch weg. Komm, das Vieh hängt sich unten einfach nur ans Flugzeug dran. Äh, jetzt wird es ein bisschen problematisch. Wollt kurz sagen. Ja, ich auch nicht. Oh, guten Tag. Haben wir die Treppe wieder runter gewollt, ne? Wie ist das aus? Hallo? Oh, Alter, ich habe mir die Kleidung kaputt gemacht. Tut mir leid. Der Zug war bestimmt teuer. Also Sie können sich ja beim Beschwerden später. Sonst noch was? Ich glaube nicht, ne. Der Flügel ist kaputt. Der linke Flügel ist kaputt. So ein Scheiß. Was kann jetzt noch kommen? Der Flügel. Sie müssen die Steuerung übernehmen. Ich habe bedürftet, dass Sie das sagen. Viel Spaß. Sie kümmern sich um die Infizienz. Stopp. Dann viel Spaß. Also gut. Schatten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den Dritt. Was muss ich denn drücken? Ich kann hier... Achso. Kriegt er mal oder was? Ja, jetzt, ja. Glückwiss. Okay. Ich halte es oben. Woa, raus und her. Wie denn? Komm schon. Es ist fast geschafft. Ich drücke ja schon. Die machen Sturzflug. Sag ich jetzt schon. Es ist geschafft. Und wir haben China kaputt gemacht. Oder die Stadt zumindest. Ja, genau. Die eine Hülle. Die steht einfach mal auf. Ist klar. Ist auch mal gelandet, würde ich mal sagen. Danke, danke. Was aber gerade so Ding hier in Flammen steht, ist ja, ist ja. Hauptsache, wir sind am Boden. Genau. Und die Frisur sitzt. Ja. Und am besten die Ära stehen einfach auf dem Zug, ne? Ja. Nicht jetzt das Intro, äh, Kapitel. Warum das jetzt nach dem Kapitel hier? Weiß ich nicht. Oh nein, die Frisur sitzt. Die Frisur sitzt. Guck doch mal. Dreck, Katastrophen, Taff. Leon? Sherry? Was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all denen. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Wo ist er? Ich muss es wissen. Nein! Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Ah, so gut. Vorsicht! Leon, beim Flugzeug! Er ist schon wieder. Ihr Freund? Wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Man gewöhnt sich dran. Und die zwei sind aus einer anderen Kampagne. Na, wollen wir die nach dem Weg spielen oder geht's los? Als drittes kommt die. Und ne, als zweites kommt die. Ne, als zweites ist größtes. Wow, ihr habt mich! Nein! Alter! Fiek! 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 Lass sie los! Wie nah du bist! Ich bin so gut wie tot, ich bin so tot, ich bin so tot. Fiek! Fiek! Kann dir nicht helfen. Fiek! 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 Ich kann da nix machen mit dem Missgeburt. Ich bin tot. Ne, Fiek! 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 Ich hab's ziemlich oft anscheinend. Obwohl das dann nicht los. Alter. Kein mich mal, ne? Ich bin... Alter, was war das denn? Leer. Haut der jetzt ab, oder was? Da wären wir, äh, sehr recht. Glaubt uns, den Kerl kann man nicht vernichten. Verschwinden wir endlich. Also gibt's dann, wenn wir die Karriere von denen spielen, äh... Deren Sicht halt. Hm? Deren Sicht. Dann sind wir wieder hier im gleiche Moment dann. Ja. Roger! Ich weiß, was ich tue. Na, wer ist da ganz toll? Der schiebt mich, weil der schiebt. Ist das ein Spazierkling? Ich bin am Boden. Oh, was schießt die? Oh, stimmt. Ja, finde ich auch. Ja, das ist jetzt doof, ne? Man hat halt nur, wenn es deine Sicht... Mach der Typ! Oh, ist doch egal. Muss man sagen. Zu schneiden ist eh viel nerviger. Hm? Zu schneiden wäre eh viel nerviger. Ja. Roger! Woah! Ja, halt ab. Komm, mach den scheiß Bus auf. Ich glaube, das geht. Nee, ja, doch nicht ab. Ja, genau. Schieß gegen den. Oh, der Computer ist gerade ein bisschen dämlich. Ouch! Ich hab den Bus angemacht. Ich glaub, wir kommen jetzt mit nem Bus an. Ja, das bin ich super. Ja, mir erstmal die Tür gegen die Fresse hauen. Was ist das für ein unsterblicher Typ da? Hä, wird damit jetzt... So stoppen wir denn nicht! Hört sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zum Flied erledigen. Ja, genau. Hat er die gleiche Frisur wie Leon? Hat der Satz dabei? Wer? Das ist Zombie-Leon. Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereiten. Mutant. Der intelligente Mutant. Der Nemesis. Der Nemesis. Warum kämpft er denn gegen den? Warum unbedingt nuni? Ja, genau. Jetzt hat er dich. Oh, hi. Kann dir jetzt nicht helfen, ne? Drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und nicht drehen. Ja, lass mich doch los. Du konntest dich befreien. Du musst einfach Tränen und dann noch einen Button drücken zum richtigen Zeitpunkt. Ja, hab ich auch gemacht. Trotzdem hat er nicht gut gemacht. Er reißt deinen Arm wieder raus. Und weg war er. Zabberei. Wir begeben uns zum Kuh-Lung-Bilding in Ku-Tcheng. Dort treffe ich mich mit Simmons. Sherry, hören Sie. Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Ob Sie zurechtkommen werden? Hoffen wir, dass dieser Jake so gut ist, wie er glaubt zu sein. Ja, der Jake hat sich ein bisschen doof angestellt. Leon, hören Sie mich? War ja auch ein Piss hier und nicht ich oder du. Ja, trotzdem. Er hat die ganze Zeit in die Decke geguckt. Wir haben seit dem Abschluss nicht von ihm gehört. Doch vor einer Minute habe ich keine Antwort von ihm bekommen. Das Gebäude, von dem Agent Birken gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Verstanden. Danke. Eine Minute, keine Antwort. Das ist das Gebäude, wo wir reinkrachen. Ja, eigentlich mein Mund war es hart, ne? Ich bin entweder gespannt, entweder haben wir jetzt, ähm... Chuck hat gesagt, dass die Simmons im Kuh-Lung-Bilding treffen wird. Zunächst einmal müssen Sie sich einen Weg durch den Markt vor Ihnen warnen. Okay. So, ähm... Entweder haben wir jetzt ein Kapitel 4 halt, das Intro, oder danach erst, ne? Äh... Wie meinst du das? Ach so, das Intro. Ja, das hat ja hier was auf jeden Fall mit zu tun. Hühnchen! Hühnchen! 4 oder 5 halt, ne? Ich glaube, wenn Simmons da ist, wird das das Finale dieser Kampagne sein. Naja. Ich gehe raus, äh, äh, äh... Das, was wir am Schluss gesehen haben, halt, der Simmons ist irgendwie verwandelt. Hühnchen! Hier lang! Zombie-Hühnchen! Was war das? Ein Hühnchen! Ärger! Killer-Hühnchen! Komm, krieg dich! Warte, hier ist noch was. Hühnchen! Ne, hier ist nix. Hier ist immer um. Hier ist nix. Aber hier ist aber was. Ne, hier ist nix. Hier ist nix. Jetzt hat man keine Money mehr, wie ich fast. Wir haben noch genug Money. Ich nicht. Viel zu wenig. Oh, hier ist was. Oh, hier auch. Nein, ich schon. Oh, hier ist was. Hier ist so ein blaues Teil, hast du das geholt? Ja. Hier ist Munition noch. Nö, nur Punkte bei mir. Lauf ich im Kreis oder lauf ich grad richtig? Das ist doof. Äh, ne, wir laufen nicht richtig. Aber hier ist noch was. Also irgendwie schon richtig. Irgendwie doch und irgendwie nein. Ja. Da hat man überall nach. Ich find's auch gut, dass wir nicht wieder Waffen upgraden müssen, sondern einfach nur gute neue Waffen bekommen. Kannst ja auch nicht sein. So, ich bin wieder vollgeladen. Mit der Munition, die ich hab. Ganz japanisch? Also... Nö, chinesisch. Äh, chinesisch? Ich glaub, das heißt Toilette. Ich glaub, das heißt Toilette da lang. Ja, das kann... Das erkenne ich auch noch. Oder Ping-Pong-Ping-Ping. Ping-Pong-Ping. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Hm, Riegel. Koko-Riegel. Tschüssi-Riegel. Was für ein Riegel. Einzelne Schlösser. Oh Mann, na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Öh. Was ist so, Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Der ist mal was angeregselt. Das ist ein neuer Trick. Das ist gar nicht ekelhaft. Nee, können wir die auch töten? Ja. Muss. Alles kann man töten. Äh, oder auch nicht. Das klappt nicht. Wie lange soll das auf dem Wasser gehen? Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Ich glaub, die lassen wir noch besser. Und sammeln erstmal die Schlüssel einfach. Na gut. Oh, nur eine Sackgasse. Ich hab mir jetzt hier den Schlüssel erstmal. Oh, den kommt von oben runtergefallen. Geben wir getrennte Wege, ja. Ja, mein Schlüssel. Oh, hier kommt noch einer von denen. Ja, da kommen ganz viele von diesen komischen. Oh, das hast du ausgemacht, ne? Okay. Äh, ja. Nicht fressen. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Wo bist du denn? Blöden Säcke. Na gut, dass ich in dem Moment da bin, ne? Ja. So, zweiter Schlüssel haben wir. Also, das ist Muni. Oh, äh, hi. Hinter uns. Ja, einfach abhauen. Man kann nicht zumindest kurz schlagen. Da wollen wir kurz drauf schießen, dann... Sind die auch kurz behindert? Die sind doch so behindert. Wenn ich strommelde machen, die ist an der anderen Seite. Wo bist du? Ja, ich glaub, ich... Sollte eigentlich... Ne, kann man nicht. Vorsicht, bei dir ist einer von denen. Ja, zwei sogar. Wo bist denn du? Hier. Oh, okay. Lass mal gucken, wie wir da weiterkommen. Äh, jetzt recht. Ich glaub, ich werd verfolgt. Ich mag dieses Hintergeräusch hinter mir nicht. Hier rein? Ne. Aber wir müssen... Hier. Hier rein. Und da... Tschüss. Guten Tag. Mein Name ist Marcel Davies. Ich bin von 1&1. Äh, das war in Sackgasse, ne? Ne, doch nicht. War in Sackgasse. Und da...